Psst, ich will ihn erschrecken. Wenn du weiter mich erschrecken willst, dann kommst du zu mir. Dann siehst du, wie es hier ist bei mir. Äh, ja, ich möchte gerne lernen, weil ich bin nicht besonders gescheit. Oh mein Gott, wo bin ich denn? Du bist jetzt hier bei mir. Das Wissen strömt auf mich ein. Das ist cool, oder? Ich seh jetzt alles. Jetzt die Sille erwähnt und das Gesang und die Ersatz auf die Welt strömt. Es ist alles so klar. Na klar. Ich glaube, du kommst alleine zurecht. Wir sind unendliches Bewusstsein.